Mittwoch, der 1. April 2020. Es ist 18.25 Uhr. Jetzt live mit Fiebern bei der Ziehung der Lottozahlen mit Mirjam Hanna. Liebe Zuschauer, selbstgenähten Made by Omi Mundschutz habe ich extra abgelegt, Handschuhe angelassen. Damit willkommen zur Live-Ziehung der Lottozahlen am Mittwoch. Einen schönen Jackpot habe ich heute wirklich zu bieten. Lassen Sie uns deshalb direkt loslegen. Kugeln und Ziehungsgeräte sind wie immer ordnungsgemäß überprüft und jetzt auch einsatzbereit. Ich drücke Ihnen hier die Daumen und sage Ziehung frei. So, liebe Zuschauer, ein Blick über die Schulter verrät uns. 13 Millionen habe ich heute zu bieten. Das bedeutet, der liebe Chris hat uns genau diesen übrig gelassen. Also kein Tipper mit einem Sechser-Plus-Superzahl am Samstag. Mehr für uns. Nehmen wir gerne. Kugel Nummer 1 ist da. Und es ist die 15. Fangen wir mal zahlentechnisch beim Spiel 77 an. Die richtigen sieben Ziffern bei der Zusatzlotterie hat genau ein glücklicher Tipper. Glückwunsch nach NRW. Ist halt gut, wenn man in einem tipperfreudigen Bundesland wohnt. Und Kugel Nummer 2 ist da. Es ist die 46. Denn wieder zeigt uns NRW, dass man eben nicht alle Kugeln braucht, um zum Millionär zu werden. Glückwunsch nochmal nach NRW. Gern genau dorthin. Überweisen wir jetzt 1,5 Millionen für sechs richtige. Kugel Nummer 3 ist die 48. Meine Lieblingsdatterie, die Super 6. Auf die ist ja wie immer Verlass. Siebenmal 100.000 Euro gehen nach. Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg. Dreimal nach Hessen und nicht nach NRW. Kugel Nummer 4 ist die 39. Es ist der 1. April, meine lieben Tipper. Aber in der schweren Corona-Zeit ist mir gar nicht nach einem April-Scherz. Ich schaue lieber, dass ich Ihnen echt und in Wirklichkeit eine Freude mache. Hoffentlich mit den richtigen Zahlen. Und Kugel Nummer 5 ist die 22. Ja, sogar Google hat alle Mitarbeiter aufgefordert, auf April-Scherze in diesem Jahr zu verzichten. Der Konzern möchte seine berühmten April-Scherze aussetzen, damit er niemanden vor den Kopf stößt. So, und hier ist unsere sechste und letzte. Das ist die 4. So, und damit sind wir hiermit schon mal durch. Alle Kugeln sind da parat. Und ich stehe hier schon bei der Superzahl-Maschine. Die Superzahl fehlt uns ziemlich noch. Also Daumen sind noch mal gedrückt. Ich sage, los geht's und Ziehung frei. Ja, liebe Tipper, 13 Millionen Euro liegen heute hier parat und warten darauf, abgeholt zu werden. Definitiv kein April-Scherz sind die 13 Millionen und definitiv kein April-Scherz ist unsere Superzahl. Das ist nämlich die 6. So, und damit sind wir hier schon mal komplett. Und wir schauen uns jetzt alle Zahlen in der Übersicht gemeinsam an. Hier sind die Lottozahlen. 6 aus 49. 4, 15, 22, 39, 46, 48. Und die Superzahl ist die 6. Dazu gibt es die Zusatzlotterien. Die werden ja bereits immer im Vorfeld ermittelt. Hier ist die Zahlenreihe aus dem Spiel. 77, 5, 0, 9, 8, 7, 6, 1. Und hier ist die Zahlenreihe der Super 6. 6, 9, 0, 6, 6, 0. So, meine lieben Tipper, das war es auch schon wieder für heute. Auf Lotto.de können Sie natürlich alle Gewinnzahlen und Quoten in Ruhe noch mal nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne restliche Woche. Wir sehen uns Samstag wieder pünktlich um 19.25 Uhr. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.